Hallo allerseits, das Kunstfestige Begehungen ist in diesem Jahr zum allerersten Mal in der Region. Die letzten Jahre waren wir immer in Chemnitz und haben uns dort verlassene Orte gesucht. Und im Rahmen des Kulturhauptstadtprogramms, wo wir gesagt haben, wir möchten gerne ins Umland von Chemnitz gehen, sind wir jetzt zum allerersten Mal diesen Schritt gegangen und sind hier im Erzgebirgsbad in Thalheim. Es steht seit mehreren Jahren leer und der Bürgermeister hat es uns angeboten, dass wir es für unser Festival nutzen können. Sie erleben hier neben einer wunderbaren Kunstausstellung auch ein wunderbares Festivalprogramm mit Lesungen, Konzerten und Gesprächsrunden. Bis zum 21.08. können Sie das Festival besuchen und ich lade Sie ganz herzlich ein, uns und das Bad zu besuchen.